Herzlich willkommen. Wir sind heute vollgepackt mit spannenden Themen. Erstens, dreht Joe Biden uns jetzt wirklich die Gaslieferungen ab? Und wenn ja, warum? Zweitens, wenn Donald Trump wieder Präsident wird, eskaliert dann der Konflikt mit China komplett. Und umgekehrt gibt es aber auch Aktien, die von der Präsidentschaft von Donald Trump profitieren würden. Es gibt sogar richtige Trump-Meme-Stocks. Und wir schauen außerdem auch mal auf die Inflationskrisen in der Türkei und in Argentinien. Da haben wir ja jetzt den neuen Präsidenten. Willkommen zur Wochenschau. Danke für die vielen schönen Kommentare. Letzte Woche zur Premiere, das war schon sehr motivierend für mich. Was die Hühner betrifft, ich habe mich letzte Woche ja aufgeregt über die Billighühner aus dem Supermarkt. Und trotzdem, das eine Huhn, das ich gezeigt habe, das habe ich dann aber trotzdem natürlich verarbeiten müssen. Das habe ich dann auch getan oder es wenigstens versucht. Ohne große Sperrenzchen, ein ehrliches, deutsches Brathuhn ist es geworden. Zäh wie Leder, hart wie Kruppstein. Und es ist aber auch eine Geschlechterdebatte wieder hochgekommen. Kleine Geflügelkunde, schreibt Bibis Blockshaus 9521. Ein Hähnchen ist ein Hahn, ein Hühnchen ist ein Huhn. Und da haben sie natürlich auch völlig recht. Aber sie haben es ja selber schon angedeutet. Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Insofern, wer bin ich, dass ich hier tiefkühl Geflügel noch eine Geschlechterrolle aufzwänge? Das Geflügel hat es ja schon schwer genug gehabt. Und das Problem haben wir aber inzwischen bei jeder Art von Geflügel mittlerweile schon. Sogar bei unseren Weihnachtsengeln, wie hier der MDR auch berichtet. So oder so, danke natürlich für den humorvollen Kommentar. Die Kommentare sind ja manchmal besser als die Videos. Darum abonnieren Sie diesen Kanal. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keinen von den Kommentaren mehr von diesen wunderbaren Zuschauern hier in all ihrer Vielfalt. Zum Kanalabo geht es hier unten. Es ist ja einiges los auf der Welt. In den USA, da ist zum Beispiel gestern der Kompromiss für die Ukraine-Hilfen gescheitert. Man weiß jetzt nur noch nicht, ob das dann auch wirklich endgültig ist. Und was aber natürlich auch ein Riesenaufreger war, dass die beiden Regierungen jetzt keine Export-Terminals mehr genehmigt für Flüssiggas. Und wer das Ganze vorher nicht mitgekriegt hat, der hat spätestens dann mitgekriegt mit diesem Video hier. Das wird jeden Bürger hart treffen von Kettner Edelmetalle. Bekannt für unaufgeregte Berichtserstattung. Ich zitiere. Und wieder einmal spucken uns die USA mitten ins Gesicht. Und wir grinsen nicht dabei. Denn die neuen Flüssiggasimporte von den Vereinigten Staaten hier nach Deutschland wird es in Zukunft nicht mehr geben. Zitat Ende. Sozusagen also der perfide Plan der USA, Deutschland jetzt endlich mal fertig zu machen. Wo soll unser Gas jetzt herkommen, fragen sich alle. Und überhaupt stecken Biden und Putin am Ende doch unter einer Decke? Oder was heißt das jetzt alles? Man hat doch immer gesagt, die USA, die machen das alles, damit sie Russland aus dem europäischen Gasmarkt rausdrängen können. Und Donald Trump, der war ja auch schon wegen Nord Stream Fuchs teufelswild und hat dagegen dann ja auch Sanktionen verhängt und hat auch gesagt, Deutschland soll doch gefälligst Freedom Gas kaufen aus den USA. Und jetzt wollen sie uns plötzlich nicht mehr beliefern? Das hier, das sind die amerikanischen Flüssiggasexporte pro Monat in Millionen Kubikfuß. Die Grafik ist von der Financial Times. Die Exporte haben vom Ukraine-Krieg natürlich profitiert. Sie haben aber vor allem davon profitiert, dass es jetzt eben mehr Verflüssigungsterminals gibt. Ohne die geht das einfach nicht. Und Joe Biden sagt jetzt, für neue Flüssiggasterminals gibt es aber erstmal keine Genehmigungen mehr. Man muss sich aber auch einfach mal die Fakten anschauen. Die USA, die haben jetzt sieben Terminals in Betrieb mit einer Jahreskapazität von 87 Millionen Tonnen. Ist im Moment mehr als genug für den Weltmarkt. Bis 2028 kommen dann aber nochmal fünf Terminals mit 63 Millionen Tonnen dazu. Die sind schon genehmigt, die werden auch gebaut. Von daher, was soll es erstmal? Der Weltmarkt ist überreichlich versorgt im Moment. Die Gaspreise bei uns sind stark gefallen. Hier der europäische Spotpreis, TTF-Gas die letzten fünf Jahre. Man sieht die Preisexplosion 2022, Anfang vom Ukraine-Krieg. Man sieht aber auch, wie er dann jetzt eben wieder gefallen ist. Und jetzt ist er auch nur ein Drittel so hoch wie kurz vor dem Ukraine-Krieg. Aber trotzdem, warum macht Joe Biden das? Er sagt, das ist für Umwelt- und Klimaschutz. Es hat aber wahrscheinlich auch noch einen anderen Grund. Nämlich, wenn man weniger Gas exportieren kann, dann bleiben im eigenen Land die Gaspreise eher unten. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Es wird die nächsten Jahre keine große Rolle spielen. Das ist erstmal reine Symbolpolitik, natürlich auch was das Klima betrifft. Aber langfristig spielt es eben vielleicht doch eine gewisse Rolle. Wenn es also einen perfiden Plan gibt der USA, dann ist es der Steigerung der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit auf Kosten der Konkurrenten. Ich glaube nur nicht, dass die überhaupt einen Plan haben. Zumindest haben sie keinen, der sich langfristig durchzieht durch die US-Politik. Weil wenn zum Beispiel Donald Trump wieder rankommt, dann wird dieser Terminalstopp ja auch schon wieder aufgehoben. Das hat er schon gesagt. Ihm ist die Gasindustrie wichtiger als die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit. Ist aber natürlich eine sehr interessante Fragestellung. Und das ist auch unter den Republikanern umstritten, was da jetzt besser ist für die USA. Wenn Donald Trump drankommt, dann haben sowieso viele die Arschkarte gezogen. Man denkt da ja vor allem an die europäischen NATO-Partner. Man denkt aber auch sehr stark an China und den Konflikt mit China. Er will ja grundsätzlich hohe Handelszölle einführen, hat er gesagt. Und bei China, da glaubt er, man müsse da sogar bis auf 60% Zoll hochgehen auf alle Importe. Oder man braucht vielleicht sogar ein komplettes Importverbot für Stahl und für Elektronik aus China. Er macht also genau da weiter, wo er aufgehört hat, damals eine absolute Eskalation im Handelskonflikt. Und das, wo wir doch bei China-Aktien jetzt eigentlich gerade wieder eine kleine Erholung gehabt haben. Nur, man muss sich natürlich auch anhören, was er sonst so sagt. Zum Beispiel vor ein paar Tagen, da hat er bei Fox News gesagt, er wünscht China jeden Erfolg. Und er mag Xi Jinping sehr. Und in seiner ersten Amtszeit seien sie auch sehr gute Freunde gewesen. Xi Jinping, der denkt sich da jetzt wahrscheinlich, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Aber es ist ja so, das Verhältnis China zu den USA, das ist ja im Moment auch sehr schlecht. Oder sogar noch schlechter geworden. Halbleitersanktionen und so weiter. Und was man bei Donald Trump aber schon durchhört, das ist, dass er das schon ziemlich anders sieht, auch das Ganze als Joe Biden. Für die Biden-Regierung, da ist China der eine große systemische Gegenspieler. Das ist endgültig. Aber für Donald Trump ist es einfach so ein Land, das die USA abzockt mit seinem Handelsbilanzüberschuss vermeintlich. Er sieht es also in erster Linie kaufmännisch. Und Taiwan interessiert ihn anscheinend auch nicht großartig. Taiwan, sagt er, hat den USA ihre Halbleiterindustrie weggenommen. Also was soll man damit? Klingt jetzt nicht danach, dass er das groß zum Thema machen will. Und insofern, ich weiß, ich stehe da mit meiner Meinung ein bisschen allein da. Aber wenn Donald Trump der nächste Präsident wird, dann glaube ich, es kann schon erstmal nochmal hart werden. Auch für chinesische Aktien. Aber vielleicht ist er dann ja am Ende doch relativ pragmatisch. So, dass er vielleicht sagt, okay, soll China halt im Gegenzug dann dafür für 200 Milliarden Dollar amerikanische Flugzeuge kaufen. Und dann kann er sagen, schaut her, was ich wieder für einen Deal gemacht habe. Und gut ist. Man muss also darauf gefasst sein, dass da was auf uns zurollt geopolitisch wieder. Aber wer weiß, vielleicht ist es am Ende ja sogar besser als jetzt. Ich würde es nicht völlig ausschließen. Aber bevor Sie jetzt voll in China-Aktien gehen, Sie können sich ja auch noch die neuen Meme-Stocks anschauen. Meme-Stocks, Sie wissen schon, das waren ja die Aktien, die die Kleinanleger um ein paar tausend Prozent hochgetrieben haben, weil sie sich gedacht haben, naja, die haben das jetzt wahrscheinlich auch mal verdient. Und jetzt gibt es neue Meme-Stocks. Die Trump-Meme-Stocks. Bloomberg hat da mal eine kleine Liste zusammengestellt und ich stelle Ihnen da den Link dazu hier auch mal unter das Video dann. Zum Beispiel Digital World Acquisition, der Einjahres-Chart von TradingView. Ein leerer Mantel, wo irgendwann mal das Mediengeschäft von Donald Trump eingebracht werden soll. Die Trump Media & Technology Group. In den letzten zwei Wochen sind sie schon um 170 Prozent hochgeschossen. Dann Funware, hochdefizitär, aber haben 2020 die Wahlkampf-App gemacht für Donald Trump. Und die sind die letzten zwei Wochen jetzt um über 300 Prozent sogar hoch. Außerdem die Hypotheken-Finanzierer von früher, die komplett kaputt sind ja. Hier Freddie Mac, warum die jetzt steigen, das weiß eigentlich keiner. Aber in einem Jahr jetzt auch 120 Prozent im Plus. Und dann noch PSQ Holdings. Eine E-Commerce-Plattform für patriotische Kunden und Unternehmen. Da kann man dann so Sachen kaufen wie Zielfernrohre oder schöne Abzeichen. Aber es gibt da natürlich auch viele ganz normale Sachen. Ist also so eine Art Mischung zwischen Amazon und Kettner Edelmetalle. Die Aktie ist noch nicht angesprungen. Kleiner Geheimtipp hier. Sind jetzt natürlich alles Aktien mit einem hohen Totalverlustrisiko. Ist völlig klar. Aber dafür natürlich auch viel spannender als Alphabet, Mieter, Microsoft. Und das ganze Zeug interessiert doch keinen mehr. Und wenn wir aber schon bei vogelwilden Sachen sind. Argentinien. Argentinien hat jetzt einen neuen Präsident. Javier Milley, der Mann mit der Kettensäge. Ich habe über ihn und über seine Pläne und Ziele ausführlich berichtet hier vor zwei Monaten. Und vor ein paar Wochen, da hat er ja noch Davos aufgemischt. Hat da erklärt, dass der Westen gerade vom Sozialismus zersetzt wird. Von einem fassungslosen Publikum. Und zu Hause hat er ja inzwischen auch schon einiges gemacht. Subventionskürzungen. Ein großes Reformpaket hat er auch ausgearbeitet. Aber so wie es aussieht, er kriegt einiges davon jetzt eben doch nicht durchs Parlament. Und gleichzeitig hat er aber im Dezember den Peso abgewertet. Um 54%. Und dadurch ist die Inflation jetzt aber natürlich noch weiter hochgeschossen. Auf jetzt 211%. Und das ist wirklich Schlimme. Er hat ja den Peso auch deswegen abgewertet, damit er wieder näher hinkommt an den Schwarzmarktkurs. Den echten Kurs sozusagen. Aber ein paar Wochen später, da war der Schwarzmarktkurs dann auch wieder 50% unter dem offiziellen Kurs. Und das zeigt uns leider, man kann noch so heere Ziele haben. Und radikale Reformen vorhaben. Wenn das Vertrauen in den Staat und in seine Währung erstmal weg ist, dann gibt es so gut wie gar nichts mehr, dass da den Untergang noch aufhalten kann. Hier der Peso zum Dollar die letzten 5 Jahre. Er ist jetzt um über 95% eingestürzt in der Zeit. Ein Land, wo man das Ruder vielleicht noch rumreißen könnte, wo es aber auch immer kritischer wird. Das ist die Türkei. Hier die Lira zum Dollar, auch 5 Jahre. Die ist jetzt in der Zeit 83% im Minus. Ich habe hier oft berichtet über die Geldpolitik von Erdogan, die ja jadelang auf die Inflation nicht reagiert hat und nicht reagieren wollte. Inzwischen haben wir aber eine entschlossene Geldpolitik in der Türkei. Der Leitzins ist es bei 45%. Das fängt die Inflation nur leider auch nicht mehr ein. Die hat sich nämlich beschleunigt auf 65%. Und das ist die Notenbankenchefin Hafize Gaia Erkan, die den Leitzins so stark angehoben hat. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Und die ist jetzt aber zurückgetreten. Bekannt geworden ist sie letztes Jahr, weil sie keine bezahlbare Wohnung gefunden hat und wieder zu ihren Eltern gezogen ist. Tja, die Inflation. Es trifft jetzt auch die Notenbankchefs. Die Türkei kann es noch schaffen. Das Wachstum war die letzten Jahrzehnte relativ stark und im Gegensatz zu Argentinien ist die Türkei auch kaum verschuldet. Und ein Leitzins von 45%. Es reicht ja normalerweise auch, wenn man davon ausgeht, dass weltweit die Inflation eigentlich ja wieder zurückgeht. Aber er reicht eben nicht, wenn keiner der Währung mehr traut und wenn die Inflationspanik ausbricht in einem Land. Und genau darum waren aber Argentinien und die Türkei auch die besten Börsen der Welt die letzten Jahre. Mit einem Anstieg von 766% beim ISE-Nationalindex in den letzten fünf Jahren und von 3200% beim Mehrwahlindex. Weil die Leute dann natürlich verzweifelt versucht haben, dass sie sich irgendwie vor der Geldentwertung schützen. Hoffentlich sagt es nichts aus über die Rallys, die wir hier an unseren Börsen haben. Ja, also eigentlich alles doch nicht so lustig und speziell Weltpolitik im Moment. Da will man sich ja eigentlich nur noch den Finger in den Hals stecken. Aber es gibt auch kleine Lichtblicke in der internationalen Politik. Zum Beispiel im indisch-chinesischen Grenzkonflikt. Indien hat vor acht Monaten eine chinesische Taube gefangen genommen unter dem Verdacht, dass sie eine Spionagetaube sein könnte. Jetzt ist sie aber wieder freigelassen worden. Es gibt noch Hoffnung für die Welt und damit endet auch diese Wochenschau jetzt wieder mit Geflügel. Danke, dass Sie heute so lange dabei geblieben sind. Schreiben Sie gern drunter, ob es von diesen Themen jetzt irgendein Thema gibt, das man vielleicht nochmal vertiefen sollte aus Ihrer Sicht. Ich freue mich da auf ein Stimmungsbild von Ihnen und ich freue mich, wie gesagt, aber natürlich auch über Ihr Kanal-Abo. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank.